Eines ist klar, ohne Schöne und Paul würden die Märkte jetzt deutlich tiefer stehen, denn der FED-Chef hat mit so Begrifflichkeiten wie Disinflation, wie auch die Financial Conditions, hätten sich doch bereits deutlich gestrafft, eigentlich den Märkten signalisiert, ich habe nichts dagegen, wenn ihr weiter steigt. Dagegen haben andere FED-Mitglieder sich komplett anders geäußert und Pauls Narrativ an Disinflation hat jetzt schwere Kratzer bekommen durch die CPI-Daten am Dienstag, also die Verbraucherpreise am Dienstag und die Erzeugerpreise vor allem, die viel heißer waren am Donnerstag und dazu noch starke Einzelhandelsumsätze am Mittwoch, also starker Konsum, starke Nachfrage, das erhöht den Druck auf die FED und wir haben jetzt in den letzten beiden Handelstagen am Donnerstag und Freitag gesehen, dass man jetzt so ein bisschen sich von diesem Narrativ verabschieden muss. Heute ist US-Feiertag, dazu noch Rosenmontag in Deutschland, das könnte eine ziemlich ruhige Veranstaltung werden, aber schauen wir uns mal hier diese Ausgangslage an, mit der wir es jetzt zu tun haben, denn es könnte in dieser Woche Entscheidendes passieren. Warum will ich in diesem Video zeigen? Zunächst mal, Paul ist im Grunde mutiert, könnte man sagen, von Paul Volker zu Arthur Burns, also von einem hawkischen Vertreter der FED, der die Zinsen weiter annehmen will, zu einer Taube wie Arthur Burns, der zu früh die Zinsen gesenkt hat und das hat den Märkten unglaublich Auftrieb gegeben. Seht ihr, der Pauli, der will doch diesen Pivot, der Pivot ist nahe der FED, also die Wende der FED ist nahe. Das ist aus meiner Sicht ein Riesenfehler gewesen, so zu sprechen, denn damit hat er die Finanzkonditionen wieder gelockert, hat praktisch die Leute aufgefordert, ja kauft, doch einfach andere FED-Mitglieder haben Paul ziemlich direkt widersprochen, vor allem nach den Daten, die wir jetzt letzte Woche gesehen haben, die FED Fund Futures preisen immer höhere Zinssätze ein, respektive eine Terminal Rate, ein Endpunkt der Zinseinhebungen, der deutlich über der 5% Marke liegt und heute, beziehungsweise in dieser Woche, nicht heute, aber in dieser Woche, da bekommen wir letztendlich eine Bestätigung oder eine Widerlegung der Thesen von Jerome Paul. Hier sehen wir zunächst mal in der FED, scheint es irgendwie Uneinigkeit zu geben, jetzt wird ja die gute L. Brainard ausscheiden, ist zunächst mal vakant der FED-Vize-Chef Posten, den sollte eigentlich Austin Gouldsby bekommen, der dann auch Chicago FED-Chef wird, aber jetzt sind zwei FED-Mitglieder, die stimmberechtigt sind, nämlich Bowman und Waller, die haben gegen ihn gestimmt, das ist etwas, was sehr, sehr selten vorkommt, das kam zuletzt 2009 vor, als es damals um Coachella Cota ging, der es dann doch geschafft hat, der also dann doch nominiert wurde, aber hier sehen wir, da ist eine gewisse Uneinigkeit, da ist man sich scheinbar nicht so richtig grün. Aber zurück zu Paul und der Bedeutung dessen, was in dieser Woche kommt, wir haben am Mittwoch das FOMC-Protokoll, also das Protokoll der letzten FED-Sitzung. Auf der Pressekonferenz der letzten FED-Sitzung hat Paul auf die Frage gesagt, ja, macht ihr jetzt einen Pivot, wie schaut es denn aus, werdet ihr bald nicht mehr die Zinsen anheben oder senken, da hat er gesagt, also, ihr werdet im FED-Protokoll sehr viele Details sehen, wie wir sozusagen weiter fortfahren werden mit der Zinspolitik, er verweist also explizit auf dieses FOMC-Protokoll, das wie gesagt am Mittwoch kommt, wir haben da noch einige andere Daten, vor allem PCE-Inflationsdaten, am Freitag dazu gleich mehr, aber schauen wir uns das mal an, dieses Wort der Disinflation von Jerome Paul, ja, wir sehen, dass etwa hier CPI, Core CPI, dass die rückläufig sind, würde man allerdings das Median-CPI nehmen, also Median-CPI, das Mediane, die Mediane-Inflation ist weiter am steigen, das ist genau der Punkt, der letztendlich auch in den Erzeugerpreisen zum Ausdruck gekommen ist, die Güterinflation oder die Güterdisinflation, genauer gesagt, die scheint geendet zu haben, die scheint wieder in Richtung Inflation zu tendieren, der Dienstleistungssektor ist ohnehin nach wie vor inflationär, am Freitag, wie gesagt, die Daten, PCE, Personal Consumption Expenditure, die für die FED erklärtermaßen die entscheidenden sind eigentlich, und hier wird der größte Anstieg, Monatsanstieg seit Oktober 2021 erwartet, mit einem Anstieg von 0,4 bis 0,5 Prozent, also das ist offenkundig so, dass da eine zweite Welle der Inflation jetzt wieder nach oben gegangen ist, und die Märkte haben dann auf die starken Daten letzter Woche reagiert, respektive auf die heißeren Inflationsdaten auf der einen Seite und eben die deutlich besseren Einzelhandelsumsätze auf der anderen Seite, dementsprechend die Terminal Rate Expectations nach oben gegangen, deutlich über 5,2 Prozent, gleichzeitig haben sich die Financial Conditions wieder etwas gestracht, warum? Weil die Anleiherenditen weiter gestiegen sind, die Aktienmärkte haben das bis Donnerstag ignoriert, und man hat das Gefühl, das ist irgendwie auch maßgeblich bedingt natürlich durch diese Optionen, die teilweise schon für 70 Prozent des Handelsvolumens bei einzelnen Aktien stehen, zum Beispiel, hier spiegeln diese Call-Käufe, also die Wetten auf steigende Märkte, durch institutionelle wie auch Privatanleger, hier sehen wir mal das Verhältnis Calls zu Putz am letzten Freitag, und das, obwohl die Märkte übergeordnet leicht gefallen sind, sehen wir Calls wieder massiv gekauft, hier rot, blau sind die Putz kaum angestiegen, und das suggeriert den Leuten, Mensch, wir haben es wieder mit einem Bullenmarkt zu tun, man spielt irgendwie das Jahr 2021, als die Zinsen bei Null waren, als alles gestiegen ist, was vor allem unsolide war, und dementsprechend sehen wir ein Riesenunterschied, vor allem zwischen institutionellen und Privatinvestoren, Smart Money ist nicht besonders optimistisch, wie wir auch gleich sehen werden, aber das sogenannte Dump Money, also die Privatinvestorin, die als solches bezeichnet werden, sind super optimistisch, unten sehen wir in dieser Grafik, dass die Renditen gestiegen sind, oder der Nasdaq auch gestiegen ist, das zumindest bis Donnerstag, normalerweise ist es genau andersrum, und hier sehen wir mal, die Retailinvestoren, also die Privatinvestoren in den USA, haben 1,5 Milliarden Dollar pro Tag in Aktien investiert, mit Abstand der höchste Wert seit dem März, oder genauso viel wie jetzt, wie im März, die erste Bärenmarkt-Rallye endete im März, dann kam es Juni bis August nochmal zu einer fetten Bärenmarkt-Rallye, jedes Mal ist das dann abverkauft worden, hier mal eine Umfrage von JP Morgan, unter ihren Kunden, also das sind institutionelle Kunden, und da wurde gefragt, ja seid ihr, wollt ihr eure Exposure in Aktien ausbauen, oder eben nicht ausbauen, da haben 68% gesagt, nicht ausbauen, 32% haben gesagt, ausbauen, sind die Märkte zu vertrauensselig, sagen 72% ja, ich würde zu diesen 72% gehören, und wir sehen Mike Wilson etwa, der sagt, die Aktienmärkte haben die Todeszone jetzt erreicht, und manchmal sieht man dann Dinge, oder die Märkte sehen Dinge, sagt Mike Wilson, die nicht der Fall sind, zum Beispiel, es wird gar kein Landing der Wirtschaft geben, das ist sehr unwahrscheinlich, wir werden jetzt wahrscheinlich nochmal so die letzten Blüten am Arbeitsmarkt sehen, und dann wird es ziemlich deutlich nach unten gehen, wie die Einkaufsmanager-Indizes aus den USA ja schon lange suggerieren, kommen wir zu den Märkten, hier sehen wir diese beiden roten Kerzen, im Weekly Chart, also wir sehen, dass hier jetzt diese Rallye zunächst mal ins Stocken geraten ist, unten im 60-Minuten-Chart, der deutet sich an, dass wir positive Divergenzen haben, und durchaus nochmal einen Schnaps nach oben machen können, im kurzen Zeitfenster, aber dann eben wichtig, Mittwoch, FOMC, Freitag, die PCE-Daten werden entscheiden, wir sehen, der Dollar ist ausgebrochen, jetzt mit so einer kleinen Umkehrkerze, wird also diesen Ausbruch auf der Oberseite, so ein bisschen konsolidieren, wahrscheinlich das gleiche gilt für die 10-jährige Anleiherendite, die ja schon bei 3,9% gewesen ist, jetzt zurückgekommen ist, auf 3,82% und hier eben die Annahmefehler, dass letztendlich sich an der Gewinnsituation der Unternehmen nicht so wahnsinnig viel verändern wird, man geht jetzt davon aus, dass pro Aktie im S&P 500 199 Dollar verdient würde und wenn wir allerdings jetzt eine Rezession bekommen, dann dürfte es eine Rückkehr zum langfristigen Aufwärtstrend geben, das wäre bei 158 Dollar, also deutlich geringer, das würde bedeuten, dass wir weit, weit viel zu teuer sind und hier sehen wir nochmal den Unterschied zwischen Stimulus-Driven Sales und Employment, also das ist eben so, dass die Amerikaner noch ein Stück weit von diesen Stimuli leben können, am Arbeitsmarkt scheint es auch noch gut zu laufen, aber der Arbeitsmarkt ist eben ein sehr, sehr später Indikator, ist ich persönlich glaube nicht, dass die Amerikaner hier ohne Rezession rauskommen, wenn du einen Zinssatz hast von 5 oder sogar ein bisschen höher Prozent, dann wirst du bei einer solch verschuldeten Wirtschaft nicht ohne Schmerzen rauskommen, das ist genau das, was Paul ja eigentlich bis Oktober gesagt hat, wir müssen leider Schmerz verursachen, es geht nicht anders, um die Inflation zu bekämpfen, jetzt meint er, man könne die Inflation bekämpfen, die würde von selber schon irgendwie durch Desinflation zurückkommen, ohne Schmerzen zu verursachen, das halte ich für ein Traumkonstrukt, ein Konstrukt, das nicht wirklich funktioniert. Hier sehen wir mal die Bank of Japan, Wechsel der Baustelle, die jetzt inzwischen mehr Quantitative Easing betreibt, als die Fed Quantitative Tightening, also praktisch, sie kauft mehr Anleihen, als die Fed letztendlich ihre Bilanzsumme reduziert, deswegen werden Charts rumgereicht, die zeigen, ja, seht ihr, die globale Liquidität geht wieder nach oben, das liegt an China, das liegt an Japan, aber jetzt haben wir einen neuen japanischen Notenbankchef, und von dem wird erwartet, dass er die Geldpolitik straffen wird, das würde bedeuten, dass dann im Camp der ultralachsen Geldpolitik nur noch China übrig bliebe, aber die Fed nicht, die EZB auch nicht, die Bank of England auch nicht, und wenn dann etwa Japan deutlich weniger laxe Geldpolitik betreiben würde, dann ist Liquidität durchaus ein Thema. In Sachen China hier vielleicht noch wichtig, diese Auseinandersetzungen zwischen Blinken und dem chinesischen Außenminister, hier sagt ja USA, also offenkundig steht China direkt davor, die Russen mit Waffen zu unterstützen, hier, China weist das zurück, das würde überhaupt nicht stimmen, etc., etc., dann auch diese Taiwan-Frage, da hat der Ischinger gefragt, bei der Münchner Sicherheitskonferenz, naja, könnt ihr ausschließen, dass ihr militärisch Taiwan angreifen werdet, und dann hat der Außenminister, der Chinesische gesagt, lassen Sie mich eins sagen, Taiwan ist Teil des chinesischen Territoriums, es war nie ein eigenes Land und wird nie ein eigenes Land sein, also ziemlich klare Sprache, die Spannungen eher wieder zugenommen zwischen den USA und Russland und Spannungen könnte es auch für uns geben, denn China ist jetzt immer aktiver am Flüssiggasmarkt, hier sehen wir, dass man immer mehr Langfristverträge schließt und dementsprechend dann auch wieder sich, also erstmal die Ressourcen sichert, das Flüssiggas sichert, dann aber, wie zum Beispiel jetzt im Herbst, auch durchaus an westliche Nationen wie Deutschland dann weiterverkauft, damals brauchte China das Flüssiggas, nicht wegen Lockdowns, und das wird sich ändern, also wir werden jetzt immer mehr in Konkurrenz zu China kommen, und bisher konnten wir andere ausstechen, weil wir gesagt haben, wir zahlen mehr, Pakistan, andere Länder sind das Opfer der Politik, aber das könnte jetzt mit China richtig schwierig werden. Abschließend, meine Damen und Herren, drei Empfehlungen, Sie haben ja heute Zeit, weil die Märkte wahrscheinlich sehr langweilig sind, S&P und 500 und DAX endet einer der meistgehassten Rallys, erste Empfehlung, sehr guter Rundumblick, wieder über das, was wirklich wichtig ist, Bullenmarkt oder Bullenfalle, was ist es denn jetzt? Zweite Empfehlung, und dritte Empfehlung, wenn Sie wissen wollen, wie größeres Geld denkt, wie institutionelle Investoren denken, dann schauen Sie sich das Interview von Rüdiger Born mit Dr. Jörg Rahn an, der eben sich ganz andere Gedanken macht, als wir das oft aus den Mainstream-Medien bekommen, also drei Empfehlungen heute, aber wie gesagt, meine Damen und Herren, es wird fad, es wird wahrscheinlich langweilig, deswegen haben Sie Zeit, wir sehen uns heute Abend nochmal zu einem Markelfüster, ich sage Servus und Ciao.